Bevor es ja mit dem Video richtig los geht, nochmal kurz Werbung für meinen zweiten Kanal. Dort findet ihr alles, was nicht mit Ballerei zu tun hat. Schaut vorbei, gönnt euch, gönnt mir und ja, viel Spaß damit. Bis dahin, euer Senseless. Tschüssi. Packe deine ganze Lebensenergie in diese Karten. Gott, Frau Nakimura, ich habe etwas für Sie. Hey, geil! Frühmesse, Abendmesse, Sonntagsmesse, die Alte da drinnen mit dem Kopftuch, die nimmt alles mit. Kostet ja nichts. Jetzt geht das wieder los. Und lasst ja nicht solche Haare wachsen wie meine Alter. Oh, geil, Alter, vom Schattenjäger. Viel Spaß damit, Baby. Habe ich gern gemacht. Ja, 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 ich weiß. Großer Zaubertrick, nennt mich Copperfield. Baba. Baba. Da ist sie wieder. Der Huber quatscht nicht mit uns. Die Alte ist nicht da. Die zwei Bekloppten aus Pennsylvania wollen nicht mehr mit uns reden. Wir haben es uns mit allen verscherzt. Dieses Kabel, das habe ich bisher noch nie gebraucht. Ach, jetzt bin ich wieder hier, wo ich vorn renne. Das war okay. Kreisverkehr sozusagen. Ui. Ui. Das könnte ein Spieler gewesen sein. Waren es auch. Dann bedanke ich mich für den großen Rucksack, junger Mann. Komm her. Oh, das war ja ein Erntetankfest vom Feinsten. Das kann weg. Ja, damit. Schöner Helm. Ui, 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 ui. Wir haben hier eine 100er Platte wegwerfen. Kann ich die mitnehmen? Die Hektik bricht aus. Die Hektik bricht aus. Der Helm weg. Weg das Zeug. So, ein bisschen umsortieren. Auch weg. Passt die jetzt hier rein? Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Das Messer mit. Das mit. Boah, ey, das Licht. Mal. Wo habe ich ihn den anderen umgelegt? Ach, der liegt. Ne, warte mal. Wo war denn das? Der eine war hier. Oh, ey. Oh, was ist da los? Das weg. Das weg. Das weg. Das war ein armer Gefangener. Ach, lassen wir ihn. Die arme Seele. Der hat bloß einen Stock. als Waffe. Was ist das? Ach, der Schrotflint ist das. Kannst du direkt vergessen, diese Mistknarre. Die hat bloß einen Schuss. Wenn du den versemmelst, kannst du direkt den Engeln Hallo sagen. Die kann. Was ist das? Und das war bloß noch ein armer Euro. Und das war bloß noch ein Armer. Oh Mann. Zwei Spieler. Und das wäre der dritte gewesen. Das wäre so geil. Oh, es erlebt noch. ACP. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Oh, ein Spielerchen. Kapitäns Handbuch ist mein. Echt? Das ist das Motorrad? Geil. Und das ist das Motorrad. nicht genug Platz, wo soll das heißen? 10 mm brauche ich. Die 45er brauche ich nicht. Silbermünzen kann ich stacken. Das kann weg. Konserven würde ich gerne eigentlich aufheben. Komm her, das Gewebe kann weg. Was ist das Scheiße? So, was habe ich denn jetzt? Einen Sender? Ey Leute, wie komme ich denn hier wieder raus? Oh Leute, ihr könnt mir auch nicht helfen, was? Ich kann mich an nichts erinnern. Oder bin ich durch so einen Gang gerannt? 5E? 6F? Nein. 5E, 6F. Das wäre so ärgerlich, Mann. 4D. 4D. Dass das auch nicht auf den scheiß Schlüsselkarten draufsteht. Man dockt an und kriegt doch sein Ausweisprotokoll. 3C. Ich glaube, wenn wir hier ein bisschen im Kreis gehen, muss es doch irgendwie... Falsche Luftschleuse, ja. 2B, 1A, hoffe ich. Nummer 2B, können wir hier raus? Nein. Aber ich hoffe, jetzt kommt hier 1A. Oh Alter, bitte, 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 bitte. Aber wo? Ich sehe es wieder nicht. Da oben sind wir lang gelaufen. Hinter diesen Dingern. 1A. Oh Alter. 1A. Was war's für den kleinen Hosenscheißer? Doch klappt. Ein halbes Zigarettchen verdient. Und fleißig waren wir. Ein Spieler, 13 Räder, 1000 XP. Soll ich nicht irgendwelche Hochofen-Arbeiter? Aber ich weiß gar nicht, hier wird das nicht sein. Sehr nice, danke. Und nicht noch ein Blech, das brauch ich nicht. Ist das ein Hochofen? Ne, das sieht ja aus wie Ackerbau und Viehzucht. Da ist noch eine Kiste. Alter, was ist denn hier schon wieder drin? Alter Schwede. Was schießt die? 7,62. Ah, jetzt weiß ich, wer das Kaliber schießt. Oh. Oh! Okay, hätten wir das auch mal getestet. Okay, hätten wir das auch mal getestet. Okay, ich weiß jetzt schon wieder nicht, wo mein Raumschiff ist. So, ausgeträumt. Der Traum vom großen Loot. Morphium, was ist das? Was kann das? Das sagt er mir nicht. Hä? Keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich es schon verschoben und es ist immer noch als Leicher hier drin. Ich schiebe es einfach mal auf die Ergeltung. Die Nachmittagsmüdigkeit. Das ist ja schon 17.26 Uhr. Überstreben ja schon wieder fast vier Stunden. Aber später, wie die Zeit vergeht, ist unklar. So. Schade. Mist. Mist. Bis zum nächsten Mal.